Naja, ich hab keine Ahnung mehr, wer von uns die Unmod gemacht hat, deswegen übernehme ich das jetzt. Willkommen zu einem neuen Part von We Were Here Forever. Mein Name ist Coburg Rose und mein Kollege ist der Sub2K und wie immer ist es für uns eigentlich noch für Sie den Part aufnehmen zu dürfen. Ich finde ich noch. Hi. Hi. Sehr schön. Ja, genau. Neue Aufnahmesession für uns ist jetzt schon ein bisschen her. Ja. Aber es sollte kein Problem sein. Wir wissen ja noch alle aus den letzten Parts, dass dieses Spiel sehr leicht war und wir wirklich durchgeflitzt sind. Alles easy, kein Problem von daher. Genau, genau. Daran kann ich mich auch erinnern, das war eigentlich bis jetzt keine große Herausforderung. Und da erwarten wir für ein Spiel eigentlich im Moment jetzt ein bisschen mehr. War leicht schon enttäuscht, müssen wir sagen. Ja, also in 10 Minuten sind wir schon hier gewesen. Das war sehr easy. Genau, ja. Wir haben dann noch die restlichen vier Parts dann so über private Themen geredet und so. Genau. Deswegen, naja, können wir nichts machen. Aber gut, gehen wir mal hier aus dem Rotlichtmenü hinaus in die weite Welt. Hier wird umgekippt. In den einzigen offenen Weg, Gang, whatever. Ja. Aber wir sind zu zweit mit Skop an meiner Seite. Fühl ich mich sicher. Oh, ja. So läuft das. Geil. Oh, das ist die Kloake. Schön durch den Abfluss. Oh, ja. Lecker. Ich dachte schon, der Geruch kommt von dir. Und dann war das doch bloß der Abfluss. Ja, nur weil wir seit ein paar Wochen nicht geduscht haben, ist es nicht, dass wir so schlimm stehen. Klappe. So. Okay. Mhm. Schön. Halbes Labyrinth, wo es immer nur einen Weg gibt. Okay. Ah, hier. Wollen wir uns schön trennen? Ja, ich muss rechts. Wir wissen, ne. Ich muss rechts. Gut, dann geh ich mal links, ne? Ja. Bis dann. Jetzt müssen wir uns wieder trennen. Bis dann. Wird schon alles gehen. Genau. So schnell, so schnell, so schnell. Ja, gut. Bei mir ist zu. Hier liegt nur ein toten Kopf mit leuchtenden, toten Augen. Ich glaube, der ist ganz peaceful und so. Da macht nichts. Passt. Gut. Dann, äh, ich dropp hier mal rein in so eine Höhle. Äh. Ah, hier sind Spinnen... Spinnenweben so mäßig. Das ist doch sehr beruhigend. Ich liebe Spinnen. Bin absoluter Spinnenfan. Ich würde die nie alle umbringen, wenn ich sie mal sehe. Mit... Schon ziemlich cozy. Hm. Na ja, so. Da sind wir wieder. Wieder vereint. Das ist Hopopat. Das ist doch... Ja. Jetzt muss ich noch springen. Können. Okay, wiii. Okay. Großartiges Rätsel hier in dieser Passage, muss ich sagen. Ja, also... Endlich mal was auf unserem Niveau. Ist schon knackig, muss ich sagen. Also... Ja. Also, das schaffen wir jetzt zumindest gerade so. Ja. So, jetzt können wir sie wieder aufteilen oder so. Okay. Sieht so aus. Es geht... So, wir auf. Hehe. So. Äh, wie ging... Gleich noch... Wie schon mal ein? Ich glaube, in die Stahl holzt die Fackel. Äh, ja. Rechts ist immer die Sackgasse irgendwie. Hm. Es ging halt literally keine 3 Meter da rein. Geil. Ja, vor allem nur warum. Rechts sind wir zur Sackgasse... Äh, der rechte Weg zur Sackgasse für... So, wir kommen hier mal hin. Heute war ja bei uns... Landratswahl. Ich bin ja gespannt. Hehe, ich hab keine Ahnung wie das ausgehen. So, gar nicht creepy. Die Minute ist echt berührend, oder? Wo bist du, Sackgasse? Ja, also... Hier warten wir mal. Unes Adventure-Game hier. Hm. Da kommt der... Hallo! Warte, wie kann man nochmal winken? Kann man... Nee. Ich kann mich nicht in diesem... Loot oder was das ist ertreffen. Hallo, ich hab... Hallo! Hi! So. Ja, das waren hier die Krähe, äh... Und Ritter und Ketten. Aha. Sieht sehr heimisch aus. Hm, so. Da wollen wir deine Hilfe. Sieh mal dieses süßige... Tor hoch, ey. Die Spieluhr spielt. Krasse Subtitles. Ja, hab ich zum Glück noch nicht gehört. Forte schlägt zu. Oh, hey. Hörst du das... Pitter-Pattern? Hast du die Rats... ... endlich gekommen... ... um zu besuchen? Schau an sie! Absolut... ... krasse Subtitles. Ja, deine auch. Oh, ja. Oh, hold still a while... ... won't you? Oh, I apologize... ...for receiving you in this... ... state. ... I would have cleaned... ... but... ... these bonds... ... cannot be broken. Only... ... my king... ... can set me free. Penance! Ha! He calls this... Penance! I say... ... he's proving a point. Do you hear? His soul... ... is merged... ... with the king. All you see... ... my king is... ... my king... ... and my king... ... sees... ... all he is... ... haha... ... and yet... ... he sees... ... you... ... not. Isn't that... ... delightful? ... haha... ... your... ... greatest gift... ... is being... ... utterly... ... unremarkable. ... so... ... unlike myself... ... haha... ... so... ... practical... ... haha... ... now... ... you go! ... Hello? ... ... haha... ... um... ... ... ... ... ... ... Hey, ich geh in den Portal... ... und komm anders... ... crazy... ... haha... ... you suck... ... mit der... ... ultimativen Entdeckung... ... haha... ... I'm old... ... so was gab es damals noch nicht... ... haha... ... natürlich, natürlich... Ah, warte mal, komm mal kurz zurück, da bist du doch, hier, guck mal, dreh dich mal um. Siehst du mich hier schüpfen? Ich bin bei der Eins, du bist bei dieser Fünf. Ach da, okay. Hallo, da bist du. Deswegen, also wir haben hier eine Eins und die Fünf geht wahrscheinlich zur Fünf, genau, da gehst du nach oben. Genau, ich geh auch mal in das Portal rein, wusch. Wow. Okay. Okay, mal schauen, inwiefern wir jetzt hier zusammenarbeiten. Wenn ich hier oben bin, habe ich zumindest zwei solche Barrieren hier, also ich schätze mal, in dem oberen Portal komme ich nicht weit. Aber warte, wahrscheinlich muss ich dir da helfen, so. Du kommst zu zwei. Ich habe hier so einen Toten, wo ich Herz drücken kann, da siehst du, jetzt ändere ich das für dich. Ja. Ich habe hier die drei grünen Punkte. Da kann ich das dann bestimmt hochfahren, da bei dir. Ja, hier, stimmt, genau. Kannst du so, ah, okay, warte, dann mach das kurz nochmal. Auch nicht. Ähm. Müsste drauf stehen bleiben, wahrscheinlich. Ja, oder, genau, mach mal jetzt. Okay, dann passiert einfach gar nichts. Ah, okay. Um, hm, na warte, dann, dann mach's nicht. Dann geh ich jetzt mal kurz durch die zwei durch, wahrscheinlich bringt es mir dann erst etwas. Genau, jetzt musst du es machen. Genau. Wir wollen es viel cooler lösen. Ja, wir sind einfach zu smart, weißt du. Und ich schätze mal, ich gehe dann hier runter, weil hier jetzt nichts anderes ist. Warte, warte, geh mal kurz zurück nochmal, das. Bin ich jetzt auch bei der sechs. Äh, was soll ich jetzt machen? Er macht das nochmal. Den Hebel. Yes. Genau, weil der hat was bei mir blockiert. Jetzt kann ich durch die drei laufen. Weed. Jetzt gibt es gar nichts da oben. Jetzt musst du es nochmal machen. Ah, verdammt, nee, warte, oder? Doch, 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 das ist richtig. So, jetzt gehe ich nämlich wieder runter und jetzt kann ich da hochlaufen. Mhm. Schön, wie du die ganze Zeit nur in diesem gleichen Hebel die ganze Zeit sitzt. Naja, das ist okay. Gut, äh, jetzt kann ich dir weiterhelfen, äh, indem ich hier das Karo ändern kann. Ähm, da musst du mir sagen... Hier ein Herz, jetzt gehe ich hier runter und hier habe ich auch wieder Herz. Ich glaube, du musst zurück. Ich habe hier nämlich auch ein Herz wieder. Oh, scheiße. Ähm. Kommst du ohne meine Hilfe zurück? Ich glaube nicht, ne? Schau, nee, warte mal. Ich probiere es mal aus. Äh. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich kann aber schon mal das Karo mal machen. Weil damit komme ich selber zum Grün. Aha, jetzt bin ich hier ganz oben und bin selber beim Grün. Interessant. Das heißt, ich kann mir selber, glaube ich, jetzt hier helfen, dass ich da endlich zurückkomme. Äh. Äh. Okay. Na gut, dann musst du mal nochmal das Grüne machen, dass ich zurück zum Herz komme, wenn du das brauchst. Ja, wenn ich durchs... Ha, wenn ich durchs Sexportal gehe. Dann komme ich nur zum Herz wieder. Ja, ich brauche nochmal das Grüne. Das brauche ich ja so zehnmal, bevor ich zurückkomme. Jetzt brauche ich es auch nochmal. Oh, wait a minute. Okay, gehen wir es nochmal. Hast du dir, weil du jetzt da irgendein Grün betätigt hast, dass du irgendwie selbst eine Sackgasse hast, aber kann ja nicht sein. Oh, nee, wahrscheinlich nicht, dass ich das Karo betätigt habe. Ja, das Karo ist genau unter dir. Das Grüne. Unter Grün da, das Karo. Ja. Ah, jetzt, genau, jetzt, 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 kannst du jetzt noch was drüben machen. So, und jetzt das Herz, so. Gut, dann, äh, kannst du noch Grüne weiter zurückkommen. Ich nehme mich hier, aber hier ist jetzt auch eine Sackgasse. Wo bist du? Grün bräuchte ich jetzt wahrscheinlich, ne? Ah, da oben bist du. Ich bin da. Hm, da bist du. Bräuchte ich Grün. Aber du kommst jetzt. Wenn du nach, ja. Wenn du nach 8 kommst, kannst du gefühlt den ganzen Weg hochgehen, bist du, von unterstem, bist du obersten Etage. Aber ich weiß nicht, ob. Ja, warte mal. Du bräuchtes jetzt ja auch wieder das Grün, ne? Du müsstest jetzt zu deinem grünen Schalter quasi gehen. Kann ich aber nicht, äh, du kannst. Oh, nee, ich kann mir ja selbst grün. Genau, du kannst dir selber Grün machen, genau. Ah, muss ich es mir selbst machen, meine Güte. Ja, aber jetzt bin ich auf der 8. Genau, jetzt kommst du bei der 8 raus, aber jetzt brauchst du das... Eine große Münze. Oder einen Teller oder irgendwas. Ich kann es dir jetzt schon mal sagen. Ist das denn Joker drauf? Ich weiß nicht. Das Problem ist, jetzt brauchst du halt den ganzen Weg quasi... Jetzt brauchst du eigentlich nochmal Grün, aber ich bin erstmal... Ich bin gar nicht in der Lage, um irgendwie zum Grün zu kommen, soweit ich... Was ist jetzt denn, wenn ich durchs Portal gehe? Dann bin ich hier... Dann kommst du halt da unten raus und das ist halt blockiert. Ein Karo. Jetzt brauchst du ein grünes, dann kannst du den ganzen Weg bis nach ganz oben laufen. Aber ja, dafür müsste ich halt, ähm, ja. Hm, mal schauen, ich kann es mal probieren. Ne, das 1 war hier bei dieser Sackgasse richtig. Das ist falsch. Münze noch mehr, das sind alles Münzen, glaube ich. Hm, ich glaub, genau, du musst mich nochmal nach ganz oben bringen, weil ich da auch selber ein Grünes hab, damit ich dich dann da nochmal hinbringen kann. Das heißt, du musst doch wieder zurück, komplett. Ja, das Herz muss ein Grünes bleiben. Genau, das Herz hab ich jetzt schon so gemacht, das brauch ich auch nicht. So, ähm, dann jetzt nochmal ein Grünes, glaube ich. Genau, dann kann ich da hin, dann kann ich da hoch. Dann brauch ich nochmal das Grüne. Dann kann ich da runter. Dann brauch ich nochmal das Grüne. Warte, das nochmal. Ne, äh, nochmal. Jetzt brauch ich's nochmal, glaube ich. Genau, jetzt kann ich komplett hochlaufen. Jetzt muss ich aber selber das Karo ändern, damit ich zum Grün hinkomme. Genau. So, und jetzt gehst du wieder zurück bis zur, ähm, jetzt kann ich für dich das Grüne nämlich machen. Wo bist du gerade? Ganz oben. Ach, da bei dem Grünfeld. Genau. Okay, da ist dein Grün auch Schalter. Dann gehst du durch das Achter und dann mach ich für dich nochmal das Grüne, dann kannst du da einmal schön durchlaufen. Ah, jetzt pausch das Karo. Ah, das kann ich für dich machen. So, und jetzt kannst du einmal bis komplett nach oben durchlaufen. Viel Spaß. Okay, tschau. Schau ab. Ich bin frei. Nein, noch nicht. Du brauchst da nämlich noch einen Peak. E7. Genau, jetzt brauchst du ein Blaues, aber ich hab bei mir noch nie ein Blaues gesehen. Blaues, oder hier drüben ist nochmal Karo irgendwie. Äh, wo? Aber ich weiß nicht, ganz, ist bei mir nichts. Dann komm ich hier auch runter, aber hier ist gar nichts. Weder Portal, noch Schalter. Hm, okay. Ah, ich hab da hinten, guck mal, ich hab sogar zwei grüne Schalter, interessanterweise. Also du hast hier bei der Vier einen blauen Schalter. Bei der Vier, okay, hab die Vier noch nie gesehen. Die Vier ist quasi direkt unter dem, oder unter dem Grün, wo du da oben warst. Unter dem Grün-Schalter. Ja, und jetzt müsste das Karo-Ding, also der Blaue Schalter ist jetzt direkt gegenüber von dir, quasi hinter der Karo-Bridge. Hm. Hm. Ja, gute Frage, da musst du mir vielleicht ein bisschen helfen, mich da dirigieren. Weil ich hab da nicht so die Übersicht in meinem eigenen Bereich. Weil ich, ich kann halt absolut nichts machen, ne? Ich hab keine Schalter und nix irgendwie. Hm. Bei der Sieben war ja auch nichts oben. Du hast, du hast kein... Kannst du nochmal, ich bin jetzt hier oben, hast du Karo-Schalter verfügbar? Ja. Drück mal in Karo-Schalter. Dann komm ich hier gerade rüber. Ah ne, dann stimmt, der macht das nicht gerade. Okay, ne, das bringt nichts. Hm. Hier, die Sache ist, die Sache ist, hast du, du hast, du hattest bis jetzt keinen Karo-Schalter, oder? Hm, ne, ich hatte bisher nur wirklich den eigenen grünen Schalter am Anfang, sonst hatte ich keinen. Hm. Das heißt, ich brauch von dir irgendwie die Tipps, wie ich es mit meinem Karo-Schalter jetzt da hinschaffe, so. Da geht's nur zur Acht. Was ist hier unten? Hm. Das ist auch die Acht. Was ist denn hier bei der... Siehst du, was siehst du bei mir noch für Schalter? Ich sehe bei dir nur noch den blauen Schalter, den du mit einer... Mit der neunere... Warte mal, ne, ne, oh, bleib da, wo du bist, bleib da, wo du bist. Ich kann dich zum blauen Schalter bringen. Haha, ich sehe es gerade. Weil, wenn ich jetzt den grünen mache, kannst du da hochlaufen. Genau. Zum neuner Portal. Und hinter dem neuner Portal ist der blaue Hebel. Okay. Ja. Und den kannst du irgendwie für mich benutzen? Ich weiß nicht, da musst du mir wieder die Tipps geben, wie ich da, wie ich das sage. Du bist da oben. Unser Ziel wird hier ganz oben sein, ne? Bei diesem Spielohr-Schlüssel. Das würde ich denken. Dann... Dann müsstest du ja eigentlich nur da hoch und dann Karo. Das haben wir ja nicht. Was ist denn, wenn ich hier drücke? Komme ich hier runter? Oder, ne? Was brauche ich denn für mich? Hier oben ist gar nichts. Ah, hier brauche ich einen blauen Schalter vermutlich wieder. Genau. Kann ich hiermit was machen? Ne. Du müsstest mich, glaube ich, mit deinem blauen Schalter zu meinem blauen Schalter führen. Genau. Wo kannst du gerade überall hin? Nur da runter, ne? Ich kann halt für mich selber halt das Karo bewegen. Ja, bewegt mal das Karo. Kann er da hin? Dann geht's aber auch nur da runter, ne? Wenn ich da jetzt den blauen... Kommt das dann da hoch? Ne, das dreht sich nur unter hier. Jetzt bräuchtest du grün, aber... Ich hab bei mir oben selber grün. Ja, drück mal grün bei dir. Jetzt mal wieder zurück. Oh, dann fehlt ja das Karo bei dir. Hm. Na, aber jetzt wollen wir es, wenn ich das Karo drücke, dann komme ich da nicht mehr runter. Genau. Dann bin ich jetzt stuck. Dann kann wieder nur noch zum Grünen gehen. Wenn ich hier drücke, geht das dann gerade nach oben oder ist das wieder schief? Ne, das ist dann auch schief. Also, hier drüben, dieser Eckpunkt bringt mir eigentlich gar nichts. Was ist denn unter mir, wenn ich hier jetzt stehe? Ähm, das 7er-Portal. Wenn du halt jetzt zur 7 kommen würdest und da das Blaue sich ändert, könntest du von 7 hochlaufen zu der Plattform. Ich weiß nicht, mal gucken, ob ich zur 7 komme. Hier bräuchte ich, glaube ich, wieder grün. Ich weiß nicht, bringt mich das zu 7? Mit dem grünen könntest du halt runterlaufen und dann wieder hoch zu 7. Dann wärst du bei der 7. Ja, lass das mal probieren. Hm, aber da bräuchst du halt... Grün bräuchte ich jetzt. Du bräuchst halt einen blauen Schalter, sonst kommst du da auch nicht weiter. Du kommst halt nur eine Schaltung weiter. Ich hab ja einmal gedrückt, dass da oben irgendwie die Brücke jetzt aus ist. Ja, aber ich kann dir halt sagen, was ich sehe ist, die Blauen sind halt beide gegenseitig. Das heißt, du bräuchst halt den ersten Blauen, damit du zu dieser Zwischenplattform kommst. Dann muss ich einmal Blau drücken und dann kannst du halt bis nach ganz oben durchlaufen. So klappt das halt nicht, wenn du zur 7 kommst. Deswegen musst du mich jetzt irgendwie zu diesem blauen Schalter führen. Wie auch immer wir das abschaffen wollen. Ich glaub da halt nicht zu den Überblick... Hm. Müsstest du irgendwie da oder... Da hin. Du müsstest jetzt quasi links von dir über diese Brücke kommen. Aber wenn du da jetzt den Schalter drückst, führt die dich ja hoch. Genau. Und nicht gerade rüber. Rischisch. Aber ich hab ja... Ich hab keinen Kau-Schalter irgendwo, ne? Ich sehe bei dir halt... Keinen, muss ich sagen. Ne, da hinten auch nicht. Also ja, egal wo ich hinschaue, weil ich... Ich kann aber auch nicht mal den... ...Herzschalter bei dir finden, wenn ich ehrlich bin. Äh, geh mal zurück. Ja, warte mal. Ich glaub, ich muss mal kurz... ...versuch mal das Grüne anzupassen. Äh, aber... Ne, ne, lass das mal so. Das Grüne. Okay. Geh mal zurück. Frage ist, komm ich zu Grün? So, komm ich gerade zu Grün irgendwie, so wie es ist? Äh, wenn du durch die Neuen gehst... ...nein, du bist quasi so gesehen gestuckt. Du müsstest einen ganz weiten Weg wieder zurück... Ah, das war ja bei mir ganz am Anfang der Grüne. Ja. Also, sonst hätte man da... ...dann wärst du da hoch... ...dann hättest du hier... ...runter... Wie hatte ich das denn gerade im Kopf? Ja, gut. Ja, gut ist gut. Es bringt irgendwie alles gerade überhaupt nichts, was ich hier sehe. Ja, so war gar nicht... Weil ich an Schaltern nicht rankomme. Hm. Sonst musst du quasi einmal das Blau so anpassen, dass es quasi in deiner Zukunft, also in deinem Plan dann bei mir richtig ist und dann... Weil so wie es jetzt ist, habe ich den blauen Schalter ja noch gar nicht angerührt in dieser Stellung. So war es, wie ich hierher gekommen bin. Genau. Das entscheidend muss ich ja einmal bestätigen und dann musst du quasi zurück und wir müssen mich dann irgendwie durchführen. Weil sonst ist ja absolut kein Fortschritt oder so. Richtig. Kannst du grün? Ja, ich kann grün. Ich bin direkt mit dem grünen Schalter. Und Karo? Und Karo kann ich auch. Wie gesagt, weil das ist ja nichts. Nicht hier, jetzt hat sich blau geöffnet, aber jetzt bräuchte ich hier auch wieder blau. Das ist ja genau das, was ich dir vorher beschrieben habe. Das konnte ich ja sehen, dass du halt, dass du mich brauchst, weil sonst kommst du da nicht weiter. Ja, dann Karo wieder. Und nochmal. Nee, bringt nichts. Ich bin der Sackgasse. Nochmal Karo. Möchte ich den zu dem grünen zurück. Da muss ich hier oben. Hier, genau. Wenn ich jetzt hier nochmal das Karo mache, kannst du den ganzen Weg halt runterlaufen jetzt. Ja, da bin ich doch gerade hergekommen, ne? Ja. Aber du musst anscheinend wieder zu dem grünen, damit ich halt, äh... Ja, das... Ach ja, jetzt bin ich hier. Ja, jetzt bräuchte ich grün. Dann muss ich nochmal Karo machen und dann grün. Es ist auch schön, wie wir Karo anstatt halt, ne? Orange sagen und dann grün anstatt... Ach. So, jetzt bin ich bei grün. Hm. Geh du mal zur... Ja, geh du mal runter. Ja. Drück den Schalter und geh weiter. Geh jetzt in die drei quasi rein. Yes. So. Und jetzt kommst du zum blauen Schalter. Ah, okay. Jetzt bin ich beim blauen. Und ich hab jetzt hier sogar ein Portal. Und ich kann auch noch irgendwo anders hingehen. Jetzt muss ich wieder irgendwie zurückkommen, zu mir da auch. Hm. Ist du grün bei dir? Ne, ne, da kommst du zum grünen kommst du ja jetzt. Ne, warte. Vielleicht gibt es einen Weg, um mich jetzt zu grün zu kommen. Weil ich kann jetzt hier in das Fera-Portal. Und damit kann ich jetzt hier hochlaufen. Und jetzt komm ich hier zum grünen Schalter. Ah. Ja. Ah, ich bin sogar fertig quasi. Ich könnte jetzt hier. Ich bin sogar, ja, ich kann bis dahin jetzt laufen. Jetzt müssen wir nur noch dich durchholen. Oh, jetzt kann ich hier hochlaufen. Ah, jetzt kann ich für dich die blauen machen. Genau, jetzt brauch ich blau. Das kann ich für dich jetzt beides machen. Sehr schön. Ah, haben wir das noch in diesem Park geschafft. Weil jetzt muss ich zweimal für dich blau machen. Einmal. Und zweimal. Sehr gut. Ich bin auch hoch. Das ist auch für mich das, damit ich hochkomme. Im Grunde hatten wir es eigentlich damit, dass ich zu grün zurück musste. Wir hatten bloß irgendwie keine Lust, dass ich es zum Start zurück mache. Weil das so weit war irgendwie. Guti, dann ist das hier ein perfekter Ort, um diesen Part zu stoppen. Genau, wir haben es. Nein, ich springe hier in die Decke rein und dadurch kriege ich so einen schönen Grafikpack. Und sich alles resetet. Aber gut, ja, genau. Bisschen Vorleiter dafür gehört, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Aber gut. Im Endeffekt im selben Part geschafft. Passt doch. Genau. Ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part, wo wir dieses schöne Teil bewegen. Bis dann. Ciao.